Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benni und wenn du dir das Video hier gerade anschaust, dann wirst du vermutlich große Probleme mit dem Final Boss Fight gegen Nemesis haben auf der Stufe Inferno oder gegebenenfalls vielleicht auch auf Albtrauma oder auf Veteran. Ich habe hier sehr, sehr gute Neuigkeiten. Es gibt einen kleinen Trick, einen Glitch, eine Spielmechanik, die man hier wirklich sehr, sehr gut ausnutzen kann, wo auch Nemesis auf Inferno wirklich sehr, sehr einfach zu besiegen ist. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt hier mal an. So, das Ganze startet jetzt hier. Die Szene kennst du natürlich. Am Anfang geht es hier direkt einmal zu der Gun. Wir wirst du vermutlich schon einige Male gespielt haben, wenn du hier mit dem Fight Probleme hast. Ich kann dir jetzt hier in dem ersten Drittel den Tipp geben, du schießt einmal direkt mit dem Raketenwerfer, bewegst dich nach links, schießt ein zweites Mal, kannst gegebenenfalls noch ein drittes Mal schießen. Hier bin ich jetzt relativ schlecht ausgewichen. Also du musst ihn das erste Mal down kriegen. Da gibt es jetzt noch keinen Trick oder keinen Glitch. Jetzt habe ich mich hier einmal geheilt. Und hier bei den Batterien geht es jetzt los. Du siehst, ich drücke die Batterie gar nicht rein. Ich warte, warte, warte. So, und dann kommt dieses typische Geräusch von Nemesis. Dieses Rumoren, dieses, ja, wenn er einfach aufsteht. Dieses ganz markante Geräusch. Ich werde es dir hier gleich in einem anderen Spieldurchlauf nochmal besser zeigen können. Vor allen Dingen auch in Slow-Mo, damit du dir da besser was drunter vorstellen kannst. Und wenn du dann die Batterie reindrückst, dann hast du gesehen, habe ich mich ein Stück zurückbewegt, beziehungsweise bin ich gesprintet. Und dann kommt der Wischer von Nemesis, der dich komplett verfehlt. Hier siehst du das Ganze nochmal. Jetzt kam das Rumoren auf der rechten Seite. Jetzt sprinte ich sofort nach hinten. Achte auf seinen Arm. Der Wischer greift ins Leere. Und dann hast du hier eigentlich mindestens drei Raketenschüsse. Oder Schüsse mit dem Raketenwerb fast gut an frei. Du siehst ja, er ist schon wieder down. Beim dritten Mal steht er jetzt hier sehr, sehr schnell auf. Das ist ein kleines Problem auch, worauf ich nochmal näher eingehen werde. Du musst jetzt ja quasi hier nur noch zum Startpunkt zurück. Und dann ist Nemesis erledigt. Du siehst, dass er jetzt ein, zwei Mal hier noch griffig nach mir schlägt. Einmal erwischt er mich. Hat mich jetzt hier mehr oder weniger ins Ziel geprügelt. So funktioniert das Ganze. Das war jetzt erstmal ein normaler Durchlauf. Ich zeige dir jetzt nochmal einen anderen Durchlauf von mir, wo ich nochmal näher auf die Details eingehen werde. Okay, dann mal los. Das Ganze startet jetzt hier sofort. Wie gesagt, das Ganze mal in Slow-Mo. Dass ich dir das einfach nochmal besser zeigen kann. Hier ganz klassisch der Start. Also wie gesagt, das erste Mal muss sie ihn wirklich dann einmal down bekommen. Da gibt es noch keinen Trick, noch keinen Glitch. Wie gesagt, ich habe einmal immer relativ schnell geschossen. Habe mich nach links bewegt. Dann kommt hier diese, ja, Stampfattacke. Habe ein zweites Mal geschossen, drittes Mal. Dann sollte man hier versuchen, seinem Wischer auszuweichen. Das hat jetzt hier relativ gut geklappt. Also meiner Meinung nach acht von zehn Mal macht er dann diesen Wischer. Und jetzt siehst du, stelle ich mich vor die Batterie. Und jetzt bin ich einfach mal leise. Jetzt hört ihr das Geräusch an. Genau dann drückst du die Batterie rein. Genau wenn dieses Geräusch, dieses Rumor ankommt. Wenn er aufsteht. Ja, ich habe mich teilweise ein bisschen an seiner Hand orientiert auch. Aber man hört dieses Geräusch wirklich sehr, sehr gut. Und dann bin ich sofort nach hinten gesprintet. Jetzt noch mein Slow-Mo. So, und da kommt sein Greifer. Da will er dich packen. Du sprintest sofort nach hinten. Und wenn du die beiden Sachen erledigt hast. Einmal gewartet mit der Batterie, bis du sie reindrückst. Bis dieses Rumor ankommt. Diese ganz markante Stelle. Und wenn sie dann reingedrückt ist, sofort nach hinten sprintest. Dann wird dich der Arm verfehlen. Und du hast hier wirklich zwei, drei, teilweise hatte ich sogar vier Schüsse frei mit dem Raketenwerfer. Wo er mehr oder weniger nichts gemacht hat. Du musst natürlich gucken. Er plumpst dann hier relativ schnell runter mit seinen Armen. Da habe ich nochmal hier einen auf die Zwölf bekommen. Und hier musst du relativ schnell hinsprinten. Normalerweise. Je nachdem, wie weit du dann entfernt bist. Jetzt hat er mich hier auch leider einmal getroffen. Du siehst, ich sprinte sofort wieder nach hinten. Da hast du den Arm gesehen. Ist wieder komplett ins Leere. Und dann kannst du hier alles geben. Ich habe hier wieder dreimal drauf geschossen. So, jetzt ist er hier wieder down. Und da musst du dann wirklich natürlich dich beeilen. Du siehst, er steht hier wesentlich schneller auf, als bei den ersten Beinen malen. Ist kein kleines Problem, was es hier gibt. Ist jetzt der Rückweg. Hier siehst du, hier schlägt er jetzt schon wieder nach mir. Macht irgendwelche Attacken. Ich habe immer versucht, mit R1 auszuweichen. Klappt normalerweise relativ gut. Du kannst jetzt gleich nochmal anschauen, wie das Ganze aussieht, wenn es nicht so gut klappt. Also das ist der Trick. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Beim ersten Mal kann man eigentlich keine Spielmechanik, keinen Glitch ausnutzen. Das erste Mal muss man hier wirklich seine kompletten Bio-Eier hier einmal runterschießen. Dann bin ich immer links zu der Batterie gegangen. Habe gewartet, bis dieses typische Rumoren kommt. Ja, dann direkt nach hinten gesprintet. Der Arm verpasst dich. Und dann hast du mindestens zwei Freischüsse mit dem Raketenwerfer. Teilweise sogar drei oder vier. Da musst du natürlich hier seine Eier auch wirklich gut treffen. Ja, so sieht es dann aus. Hier wollte ich zurücksprinten. War schon wieder kurz vorm Ziel. Dann kam dreimal der Patscher. Und ich war tot. Dreckskerl! So kann das Ganze natürlich auch leider laufen. Aber wie gesagt, ich hatte hier beim Nemesis eine Quote auf Inferno vielleicht einmal von 15. Und hier mit diesem Batterietrick nenne ich es einfach mal. Mit diesem Glitch hatte ich eine Quote von 10 von 15. Also unglaublich gesteigert. Interessant! Ja, so funktioniert das Ganze. Falls du hier wirklich verzweifelt bist, Probleme mit Nemesis hast, probiere das Ganze mal aus. Ich kann dir eigentlich wirklich zu 100% versprechen. Stand jetzt. Ich weiß nicht, ob das Ganze vielleicht irgendwann mal gefixt wird. So läuft es sehr, sehr gut. So ist es sehr, sehr einfach. So kann man ihn auf Inferno sehr, sehr gut besiegen, meiner Meinung nach. Hier siehst du jetzt nochmal den kompletten Run. Nochmal ohne mein Gerede. Ich verabschiede mich jetzt auch hier. Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du das Ganze jetzt hier packst. mit diesem kleinen Trick, mit dem Glitch. Abonnier meinen Kanal für weitere Videos. Das war es von mir. Mach es gut. Bis bald. Und tschüss. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Ich brauche! Bis bald. rewind minute. Glaubst du? Ich weiß nicht, wie man dich erledigt? Noch eine Sturmquelle aktivieren. Das nächste Mal. Komm, fiss dich einfach! Den bin ich los. Den bin ich los.